Wir sind hier in Zürich. Heute ist der Release der Leica SL2. Ich freue mich, was es abends bringen würde. Wir sind im Leica Store in Zürich heute Abend. Das ist ein grosser Tag für uns. Wir haben nach vier Jahren endlich einen würdigen Nachfolger der ersten Leica SL herausgebracht. Leica SL2. Das Innenleben komplett überarbeitet. Technische Features, die sehr interessant sind. Viele von unseren Kunden haben die Gelegenheit genutzt. Die Kamera heute zuerst mal in die Hände zu nehmen und auszuprobieren. Gute Atmosphäre, zufriedene Leute. Das war's noch mehr. Wiroa den Linkzeichen am Sonnenschein. Das war's noch eine Ehrenstfeder.